Hallo, also ich bin jetzt wieder von meinem Nachmittag zurück mit Martin und der lief nicht so wie geplant. Also eigentlich bin ich ja da hingegangen, weil wir schauen wollten, was mit dem Schmuck ist. Und als wir das eben gerade machen wollten, ist einfach so ein Typ gekommen und hat zu ihm gesagt, ihr Verlobter ist tot und lässt sie grüßen. Anscheinend hat er nicht nur Martin verlassen, sondern ist wirklich gestorben. Aber Martin hat es auch nicht wirklich gestört. Also der hat irgendwie gleich angefangen, mit diesem komischen Typen zu flirten. Und die haben sich jetzt so gut verstanden, dass sie auf ein Date gehen wollten. Und der Typ ist auf einmal auf die Idee gekommen, zu sagen, hey, bist du Single? Kannst doch mitkommen. Ich meine, ich bin Single und ich lüge auch nicht. Und dann habe ich natürlich ja gesagt und jetzt habe ich ein Doppeldate mit Martin und diesem komischen Typen und noch irgendeinen Mann, den kann ich nicht kennen. Also ich mache sowas nicht und es ist auch mein erstes Date. Aber es ist eben Martin und ich meine, er soll ja auch wieder glücklich sein, aber es ist schon ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt. Naja, wir werden es sehen. Vielen Dank.